Michael Maul, wir sprechen über das Bachfest Leipzig 2021 und wir tun dies hier in der historischen Ratsstube im Alten Rathaus zu Leipzig und das nicht ohne Grund. Dieser Raum ist nämlich in der Biografie von Johann Sebastian Bach nicht ganz unwichtig. Was ist denn hier passiert? Naja, in diesem Raum, muss man sagen, ist die Geschichte Bach und Leipzig losgegangen. Hier wurde Bach im April 1723 einstimmig nach einem langen, langen Prozedere zum neuen Thomas-Kantor gewählt und hier hat er dann Anfang Mai seinen Arbeitsvertrag unterschrieben. Er ist später immer mal hierhin zurückgekehrt, dann aus nicht so schönen Gründen. 1730 im August diese berühmte Sitzung, wo er selber nicht anwesend war, aber großes Thema, wo die Ratsherren ihm vorwerfen, er sei inkorrigibel, unfleißig und so weiter. Also sagen wir mal so, hier ging die Geschichte Bach und Leipzig los und hier war Bach auch immer Thema wieder gewesen, allerdings auch hin und wieder dann aus nicht ganz so schönen Gründen. Bevor wir über das Bachfest 2021 sprechen, erstmal blicken wir Michael Maul noch auf die Saison 2020, die musste ja aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Bach, we are family, wäre das Motto gewesen und rund 50 Bach-Chöre und Bach-Vereinigungen aus der ganzen Welt wären nach Leipzig angereist. Alles, sage ich im Konjunktiv, hat leider alles nicht sollen sein. Ab welchem Moment war Ihnen denn klar, dass das so wie geplant in diesem Jahr nicht stattfinden kann? Also zweite März-Hälfte, das war die Zeit, als wir hier binnen weniger Tage den totalen Lockdown hatten und mein Postfach, mein E-Mail-Postfach überquillte mit Nachrichten von Bach-Chören aus aller Welt, Besuchern des Bach-Festes, die mir mitteilen, dass sie entweder aufgrund von Reiseverboten bis weit in den Sommer hinein gar nicht anreisen können oder aber eben schon eine große individuelle Unsicherheit herrschte. Trauen wir uns anzureisen, trauen wir uns nicht anzureisen und vor dem Hintergrund war mir ziemlich schnell klar, die Idee, die wir über das diesjährige Bach-Fest geschrieben hatten, Bach-Wear-Family, die größte Zusammenkunft der globalen Bach-Community aller Zeiten, geht nicht auf, weil die Hälfte oder vielleicht noch viel mehr Gäste von vornherein ausgeschlossen sind. Umso erleichterter war ich dann, dass wir es geschafft haben, mit der Absage des diesjährigen Bach-Festes zugleich die Botschaft zu verbinden, dass die Idee zu Bach-Wear-Family nicht verloren geht, sondern dass das Bach-Fest schlichtweg in zwei Jahren 2022 im Juni nachgeholt wird. Alle Chöre haben wieder zugesagt und so blicke ich doch mit einiger Zuversicht nach vorn. Also immerhin gab es ja in diesem Jahr doch etwas Musik zum Bach-Fest-Termin in der Thomaskirche. Sie haben mit dem Bach-Marathon über zwei Wochenenden ein, ich nenne es mal, Ersatzprogramm arrangiert, das über Internet und zum Teil auch über Radio und Fernsehen zu hören und zu sehen war. Was war denn dabei der Höhepunkt? Oder was kommt da vielleicht auch noch als Höhepunkt? Also mir fällt es ganz schwer, wirklich einen Höhepunkt zu benennen. Also erstmal war es für mich persönlich ein Höhepunkt, dass wir es geschafft haben, doch in relativ überschaubarer Zeit diesen Marathon zu organisieren und dafür wirklich nahezu die Gesamtheit der Leipziger Freischaffenszene, die mit Bach assoziiert ist, heranzuholen und ein wirklich vielfältiges Programm zu liefern. Also wir haben uns gewissermaßen in den virtuellen Raum geflüchtet, in der Hoffnung, dass wir auf diese Weise zumindest virtuell auch als Bach-Gemeinde, als globale zusammenkommen können. Und dem war ja ein zweifellos Höhepunkt schon vorausgegangen. Wir hatten ja sehr kurzfristig am Karfreitag diese Johannespassion in der Thomaskirche organisiert mit der Ansage, liebe Bachchöre, die ihr alle jetzt bei euch zu Hause sitzt und eben keine Passionsaufführung habt, singt einfach mit. Das macht die Technik möglich. Und ich glaube, der Marathon wäre ohne diese Initialzündung, die wir da am Karfreitag erlebt haben, so nicht entwickelt worden. Und unsere ganzen Aktivitäten im virtuellen Raum, die wollen wir nun abschließen nach unserem Gespräch direkt mit dann vielleicht doch dem Höhepunkt, also jedenfalls dem Endpunkt des Bach-Marathons. Wir haben das Stück aufs Programm gesetzt, mit dem auch normale Bach-Feste zu Ende gehen, die Hamolmesse. Nun ist die Hamolmesse nun leider ein Stück, was völlig Corona-untauglich ist. Es ist einfach riesig besetzt. Man braucht einen gewaltigen Bläserapparat. Die Chöre sind teils achtstimmig und man hätte eine normale Aufführung der Hamolmesse unter den derzeitigen Hygiene- und Abstandsregeln nicht organisieren können. Jetzt haben wir es aber geschafft, eben durch eine auch wiederum durch eine Art Marathon in der Vorbereitung, eine Fassung zu entwickeln für 17 Musiker. Gregor Mayer, der Gewandhauschorleiter, hat sie entwickelt. Die hören wir dann gleich. Für die Musiker wird es auch ein Marathon. Nur fünf Sänger werden dieses komplette Stück aufführen, plus zwölf Instrumentalisten. Aber wir haben wieder unsere internationale Bach-Community zum Singen eingeladen. Wir haben viele Bach-Chöre jetzt schon versprochen, dass sie nicht nur mitsingen werden, sondern sich dabei auch filmen werden. Wir hoffen, dass wir bis zu Bachs Todestag am 28. Juli ganz viele Mitsingen-Videos eingesandt bekommen. Ich hoffe speziell natürlich auch viele Mitsänger beim Donner-Nobis-Pazem, beim ersten Credo, beim Kyrie 1. Und die Idee ist dann, aus all diesen Videos, die wir hoffentlich bekommen werden, im Nachgang noch eine Art We-Are-Family-Fassung dieser heutigen Aufführung erstellen zu können, die dann, das ist jetzt mein Traum, am 22. November, dem Cezirientag, Ceziria, die Schutzpatronin der Musik, der Musiker, im Netz gezeigt werden soll. Das ist jetzt mein Traum. Ich hoffe, er gelingt. Auf jeden Fall haben wir jetzt in der Kleinaufführung der vermutlich kleinstbesetzten H-Moll-Messe aller Zeiten schon den direkten Höhepunkt des Marathon erreicht. Und wenn jetzt viele Leute tatsächlich mitsingen und das dann auch sichtbar machen, wird im Nachgang aus dieser kleinsten H-Moll-Messe vielleicht die größtbesetzte ever. Das ist mein Traum und ich hoffe, viele machen mit. Also, so schlimm Corona ist in diesem Fall, hat das Virus als kreative Initialzündung, sage ich mal, gewirkt, wie auch schon am Karfreitag mit der reduzierten Johannes-Passion. Könnten Sie sich vorstellen, Michael Maul, dass die reduzierte H-Moll-Messe, die wir gleich hören werden, dass die sich auch längerfristig, vielleicht auch nach Corona im Konzertbetrieb etablieren könnte? Ich weiß nicht genau, ob ich es mir wünschen soll. Es ist eine hochinteressante Fassung, kein einziger Takt gestrichen und es ist auch kaum eine Note weggefallen. Es ist dann einfach so, dass die Oboe oft mal den Part der zweiten Trompete übernimmt oder manche vokalen Teile eben instrumental gespielt werden. Es ist hochinteressant. Ich glaube auch, das trägt. Wir machen fast immer bei Bach die Erfahrung, man kann ihn bearbeiten, wie man will. Diese Musik ist nicht totzukriegen. Und ich kann mir das schon vorstellen, dass das später wieder passieren wird. Ich hoffe nur nicht, dass die Fassung vielleicht so überzeugend wird, dass manch einer sich sagt, na Mensch, hier brauche ich gar nicht so viele Musiker zu verpflichten, da ist es am Ende günstiger. Es ersetzt die wahre H-Moll-Messe, so wie sie Bach sich gewünscht hat, nicht. Aber die normale H-Moll-Messe, wie wir sie kennen, ist eben auch für normale Zeiten von Bach komponiert worden. Jetzt sind wir in unnormalen Zeiten und tragen einfach dem Rechnung, indem wir sie besetzungsmäßig reduzieren. Und man kann vielleicht darauf mal wieder zurückkommen. Es sollte jedenfalls nicht der Standard werden. Stichwort Ausnahmesituation. Also das diesjährige Bachfest wurde jetzt auf 2022 verlegt. Und ich nehme an, das liegt daran, dass Sie die Saison 2021 schon voll geplant haben. Ist das richtig? Das ist vollkommen korrekt. Also als wir überlegt haben, wie gehen wir jetzt mit der bevorstehenden Absage um, hatten wir ursprünglich sogar überlegt, Jahrfamilie auf 23 zu verschieben. Das war mir dann zu lang hin. Wir hatten zwar das 22er-Bachfest schon angefangen zu planen, aber ich dachte, okay, dann geben wir diese Planung mal auf und stülpen das 20er-Konzept da über. Das 21er-Bachfest war schon vollkommen fertig geplant in seinen wesentlichen Bestandteilen. Und eins, was mir auch lieb und wichtig ist. Und das hätte ich nicht übers Herz gebracht, praktisch mit der Absage 20 jetzt noch ein weiteres bereits geplantes Festival erstmal nach hinten zu verschieben. Das Motto der Saison im kommenden Jahr sehr interessant. Es lautet Erlösung. Im Mittelpunkt steht die Person Jesus von Nazareth, wie sie, ich sag mal, in Bachs musikalischem Oeuvre reflektiert wird. Und am Anfang dieser Idee, Michael Maul, stand ein Brief, den haben sie geschrieben, an einen recht prominenten Theologen, sag ich mal, und ihn um ein Grußwort gebeten für die Saison 2021. Erzählen Sie mal bitte diese Geschichte. Ja, das ist eine sehr lange Geschichte. Ich bin auch, ehrlich gesagt, unheimlich stolz darauf. Ich muss tatsächlich dabei zwei Jahre zurückgehen. Wir hatten im Jahr 2018 meine erste Saison als Bachfestintendant den Kantatenring. Einen großen Kantatenzyklus, der mit großem Erfolg aufgeführt wurde. An zweieinhalb Tagen haben wir in zehn Konzerten 33 Bachkantaten mit den bekanntesten Interpreten aufgeführt. Und um Zäsoren zwischen diesen Stücken zu schaffen, immer die im Hintergrund stehenden Evangelientexte für die Stücke gelesen. Und als ich diese Lesung verfolgte, merkte ich erstmal, dass das Publikum das mit großer Freude und Interesse zur Kenntnis genommen hat, das auch als eine Hilfestellung begriffen hat. Aber ich merkte eben auch, dass gerade diese Kantaten, die Bach komponiert hat, zwischen Weihnachten und dem Osterfest, gerade gemeint in der Verbindung mit den Lesetexten eine wunderbare Biografie von Jesus Christus abliefern. Und da entstand schon der Gedanke, Mensch, man könnte vielleicht mal Kantaten zusammenstellen, einen großen Kantatenzyklus. Weil mich eben auch viele nach dem Kantatenring fragten, wann macht ihr das wieder? Wann führt ihr wieder die anderen 30 besten Bachkantaten auf? Oder vielleicht mal die 30 schlechtesten? Wie könnte man unter einem anderen Motto einen großen Kantatenzyklus gestalten? Und so habe ich im Grunde schon im Kantatenring die Idee entwickelt, ich gehe mal im Nachgang dieses 2018er Bachfest hin und versuche aus den Bachkantaten ein großes musikalisches Konstrukt, was die komplette Lebens- und Wirkensgeschichte Jesu von Nazareth erzählt, zu entwickeln. Bin dann im Sommer 2018 die Bachkantaten durchgegangen und ich muss sagen, das geht bemerkenswert gut. Ich kann das jetzt verraten, der Zyklus wird beginnen mit der Leipziger Probekantate Du wahre Gott und Davidsohn, ein Text, der ganz stark über die alttestamentarischen Verheißungstexte auf einen Messias reflektiert. Dann geht es weiter mit Meine Seele erhebt den Herrn die Ankündigung der Geburt. Herz und Mund, Tat und Leben ist auch so eine Art Reflexion auf Marias Lobgesang, dann ist man schon beim Weihnachtsoratorium, dann geht es weiter mit Christ, der Christ unser Herr zum Jordan kam, die Kantate zur Taufe, irgendwann dann Einzug in Jerusalem, also Himmelskönig sei willkommen und so weiter und so fort. Und jetzt, also mein Theologe, ich muss bekennen, ich muss bekennen, ich bin ein Lutheraner, also getaufter Lutheraner mit, ich sage es mal vorsichtig, küchentheologischen Kenntnissen. Und was mir schwer fiel bei diesem Gestalten des Zyklus war eigentlich die ganze Wirkensgeschichte Jesu vor dem Einzug in Jerusalem. Also die Chronologie der diversen Gleichnisse, der Wunder, das erzählt jedes Evangelium anders. Teilweise sind die Chronologien unterschiedlich, teilweise lesen wir bei Matthäus Geschichten, die bei Johannes nicht stehen und so weiter. Und ich war auf der Suche nach einem Guide. Und ein Bekannter von mir sagte mir dann Anfang Juli 2018, guckt doch mal in die Jesus-Trilogie, die dreibändische Jesus-Biografie von Benedikt XVI., also dem deutschen Papst, die er ja während seines Pontifikats geschrieben hat, ausdrücklich eben nicht als Papst, sondern als, wie er schreibt, als ein Suchender nach der Wahrheit. Und ich weiß es noch sehr genau, ich war damals im Sommerurlaub nach diesem Wachfest in Trero auf dem Darst und habe mir dort in die kleine Buchhandlung die drei Bände bestellt und lag dann am Strand und habe Ratzinger gelesen. Wäre mir vermutlich vor einem Leben nicht ohne weiteres eingefallen. Und ich war sehr fasziniert von dem Buch. Eine Sprache, die mich mitgenommen hat, eine ganz anschauliche Schilderung. Mich hat wirklich erstaunt der weite Horizont, den Benedikt da an den Tag legt. Auch überhaupt kein Ton ex cathedra, sondern er ist wirklich auf der Suche nach der Wahrheit. Und auch er musste sich dieser Frage stellen, wie gliedere ich die Wirkensgeschichte, eben gerade was die Gleichnisse und was die Wunder betrifft. Er hat mich total überzeugt, wie er es gemacht hat. Und ich habe dann gewissermaßen die Gliederung seiner, die Art und Weise, wie er die Lebensgeschichte gegliedert hat, als Gerüst genommen für meinen Messias-Zyklus. Ich kam dann am Ende auf 33 Kantaten, plus natürlich die drei Oratorien und die Matthäus-Passion. Also viel, viel Musik. Elf Konzerte werden das sein, von Samstag früh bis Dienstagabend. Wir können ja dann noch über die Interpreten sprechen oder über die praktische Durchführung. Jedenfalls, als ich dann voller Dankbarkeit Benedikt las, dachte ich so bei mir, Mensch, wir haben doch im Wachfest an sich die Praxis, dass wir immer einen Schirm anhaben. In der Regel oder in der Vergangenheit waren das immer Botschafter derjenigen Länder, mit denen wir in dem Jahr dann eine besondere Partnerschaft eingegangen sind. 2020 für Bach via Family sollte es der Bundespräsident sein. Jetzt dachte ich, na, wenn Benedikt ohnehin schon der ideelle Patron für diesen Zyklus, der übrigens ganz logisch Bachs Messias heißen muss, kann ich ihm doch mal schreiben, was wir vorhaben und vielleicht gewinne ich ihn ja tatsächlich als Schirmherrn. Und haben Sie mit einer Antwort gerechnet? Hand aufs Herz? Also ich will noch erzählen, weil es ist wirklich so eine wunderbare Geschichte. Ich habe an diesen Brief lange gefeilt, hatte auch großen Spaß daran, einen Brief mal zu verfassen, der mit den Worten losgeht, eure Heiligkeit. Hätte ich nie damit gerechnet, dass ich so einen Brief mal verfasse. Habe ihn abgeschickt an Bachs Todestag am 28. Juli 2018. Habe daran eben darin geschildert, was wir vorhaben und habe ihn gefragt, ob er sich eben vorstellen könnte, weil er schon ein ideeller Patron ist, offiziell Schirmherr zu werden oder aber den gedeihlichen Fortgang des Projekts mit einem Votum zu unterstützen. Und es passierte da erst mal lange, lange nichts. Ich habe den ganz offiziell übermittelt über den päpstlichen Nunzius in Berlin, Monsignore Eterowitsch. Und es war dann Anfang Oktober 2018, also drei Monate später, es war gerade in einer Sitzung und es klopfte an meine Tür und meine Assistentin kam rein und hat gesagt, ich glaube, das willst du sofort sehen. Und da hatte ich also wirklich einen kleinen, sehr unscheinbaren Brief bekommen, Absender dieses Kloster Mater Ecclesiae im Vatikan, wo Benedikt bekanntermaßen jetzt lebt. Und es ist ein ganz warmherziger, toller Brief, wo er mir sagt, also er ist ja ganz erstaunt und hätte überhaupt gar nicht damit gerechnet, dass er mit seinem Buch auch in so eine Richtung hilft, Dinge oder Unternehmungen zu befruchten. Und es freut ihn so, weil es ja gerade seine Hoffnung war, dass er mit dem Buch auch das Wirken von Jesus und ihn auch als Mensch wieder in den Mittelpunkt stellt. Und im zweiten Absatz sagt er dann, dass er doch aber nach reiflichen Überlegen zum Schluss gekommen ist, dass er die Schirmherrschaft an sich ablehnt. Also vor allem aus einem Grund, er sagt, er geht fest davon aus, dass sein Gesundheitszustand sehr schlecht sei, dass er 2021 schon auf der anderen Seite der Musik Gottes lauschen wird. Aber umso lieber möchte er versuchen, den gedeihlichen Fortgang des Projekts mit einem Votum zu unterstützen. Also er ist ja durchaus ein Kenner und großer Liebhaber sakraler Musik. Sein Bruder, Georg Ratzinger, war ja jahrzehntelang Domkapellmeister in Regensburg. Denken Sie, dass diese Vorliebe von Papst Benedikt vielleicht auch ausschlaggebend war, das Grußwort zu schicken? Also seine Liebe zur Musiker Sakra im Allgemeinen und zu Bach vielleicht auch im Besonderen? Das denke ich schon. Also ich bin mir sicher, er kennt seinen Bach. Er hat mir das auch, also nach diesem ersten Brief ging ja tatsächlich unser Briefwechsel weiter. Ich war mir erst nicht ganz sicher, ist das jetzt wirklich das Votum schon, dieser kleine Brief? Oder kommt da noch was? Ich habe mich überschwänglich bedankt, hatte aber gehofft, dass vielleicht noch ein offizielles Dokument kommt, was ich auch zeigen darf. Und dann vergingen die Monate und das war dann tatsächlich ein reiner Zufall. Im Bachfest 2019 ging ja das Festival wieder mit der Aufführung der Hamolmesse zu Ende. Und zehn Minuten, bevor die Tölzer hier in der Thomaskirche mit ihrer Hamolmesse begann, kriegte ich wiederum eine SMS von meiner Assistentin und sagte, guck mal in deinem Postfach, da wirst du selig. Und da hatte ich tatsächlich eine E-Mail bekommen von Monsignore Genswein, also dem Privatsekretär, der mir einfach übermittelte elektronisch das offizielle Grußwort von Benedikt für das Bachfest 2021, was dann in Tagen danach noch in der Post ankam. Und in diesem Dokument, was wir in unserer Vorschau jetzt für das nächste jährige Bachfest schon abgedruckt haben, offenbart sich Benedikt als ein großer Kenner von Bachs Werken. Er bringt Zitate, teilweise entlegene Zitate von Bach selbst mit an und er sagt vor allem im Kern, was mich sehr berührt, wir müssen uns nichts vormachen, wir leben in einer Welt, in der die Botschaft des Glaubens, die Botschaft von Jesus Christus oft gar keine Rolle mehr spielt. Das mag man bedauern, aber wir müssen Johann Sebastian Bach unglaublich dankbar sein, dass er diese so beeindruckenden und über alle kulturellen Grenzen überzeugenden musikalischen Bilder zur Botschaft von Jesus geschaffen hat. Und die sorgen heute und werden in allen Zeiten auch noch dafür sorgen, dass die Botschaft des Glaubens, die Botschaft von Jesus Christus unter die Leute auch dorthin kommt, wo der Glaube längst erloschen ist. Und das finde ich ein bemerkenswertes Statement, zeugt aber auch aus meiner Sicht wirklich von der großen Liebe zu Bach. Ich habe mich danach noch mal bei ihm bedankt, habe ihm das Faximile der AHA-Mollmesse zugeschickt mit einer kleinen Widmung. Und da schiebe er mir noch mal zurück in einem Brief, das ihn das sehr bewegt hat, Bachs Handschrift zu sehen, dieses Stücks. Und dass er der Überzeugung, der festen Überzeugung ist, dass die AHA-Mollmesse das kirchenmusikalische Werk ist, was zu allen Zeiten über allen konfessionellen Grenzen stehen wird. Sie haben gesagt, dass das Ganze jetzt wie ein riesiger Messias wird. Also auch, ich sage mal, vier, fünfmal länger als der händelsche Messias. Es wird ja eher wieder ein Ring, Stichwort Kantatenring, mit mehreren Tagen. Wie darf man sich das dann konkret vorstellen? Also ich denke, die Thomaskirche wird natürlich ein wichtiger Spielort sein. Aber wie wird das Bachfest-Publikum dann diese Lebensreise durch die Vita des Jesus von Nazareth mitgehen können? Und vielleicht auch, wie beim Kantatenring damals auch, also vielleicht auch ohne Ermüdungserscheinungen sein? Also tatsächlich wird es viele Ähnlichkeiten geben zum Ablauf des Kantatenrings. Nur haben wir damals gemerkt, wir hatten teilweise vier Konzerte pro Tag, dass das irgendwie ein Konzert zu viel war. Die Umstiegspausen zwischen Thomas und Nikolai-Kirche waren einfach zu gering. Es gab oft nicht genügend Zeit, sich zu stärken. Das ist ja auch wichtig. Deswegen wird die Durchführung so sein. Wir fangen am Samstagmorgen an. Am Samstag gibt es zwei Konzerte. Am Abend ist dann eben Weihnachtsoratorium, Kantaten eins bis sechs, ein Konzert mit Überlänge. Und dann haben wir Sonntag, Montag und Dienstag jeweils drei Konzerte. Und wir werden es ganz ähnlich wie im Kantatenring halten, dass die Pilger, die diesen Bach-Messias besuchen, eben immer von Thomas-Kirche zu Nikolai-Kirche gehen und wieder zurück. Also mit anderen Worten, wir bleiben an Bachs originalen Spielstätten. Was wir auch beibehalten, ist eben diese Praxis, die wir im Kantatenring so schön ausprobiert haben. Speziell in den Konzerten, das sind tatsächlich neun von elf Konzerten, wo nur Kantaten erklingen. Also nicht Matthäus Passion und nicht Weihnachtsoratorium. Da braucht es einen Sprecher, der vor den Kantaten, teilweise innerhalb der Kantaten, den im Hintergrund stehenden Evangelentext liest. Das sorgt für die fortlaufende Handlung. Wir werden das diesmal nicht mit den Pfarrern der Kirchen machen, sondern eine Person, die durch die gesamte Handlung führt. Und ich habe dafür Ulrich Nöten verpflichten können. Ganz bekannter deutscher Schauspieler. Ich hatte verschiedene Personen auf dem Zettel. Er war einer davon und als ich mir dann ergoogelte, dass er aus einem protestantischen Augsburger Pfarrhaus stammt, dachte ich, das ist ein Versuch wert. Ich habe mich mit ihm getroffen und er war ganz fasziniert und begeistert von dem Projekt und hat mir direkt zugesagt. Wir haben noch einen anderen ständigen Begleiter durch dieses Projekt und das ist ein bekannter Leipziger Maler, Michael Triegel. Michael Triegel ist auch eine schöne Verbindung wiederum zu Benedikt. Er hat nämlich diese berühmte Benedikt-Porträt, was vor einigen Jahren doch allerhand vor Ohre gemacht hat, gemalt. Und ich bin auf Michael Triegel zugegangen und habe ihn gefragt, ob er sich nicht vorstellen könnte, anhand der Mottos der einzelnen elf Konzerte eine Art Kreuzweg zusammenzustellen mit seinen Bildern, der im Grunde diese Lebensgeschichte nachzeichnet. Und man kann hier im Hintergrund schon ein bisschen sehen, auf was das hinausläuft. Also er hat jetzt natürlich zugleich schon die Hauptmotive geliefert. Einerseits eben zu unserem Mittelpunkt des Bachfestes 2021, dem Messias-Zyklus. Also eines dieser typisch Triegel sehr renaissance-mäßig anmutenden Bilder, in dem doch irgendetwas nicht stimmt. Also hier dieses Pauspapier da über dem Gesicht von Jesus, das soll uns, glaube ich, zum Nachdenken anregen. Was mir auch sehr gut gefällt, ist das Hauptmotiv jetzt für das nächstjährige Bachfest. Das ist jetzt eine Art Collage aus unserem bekannten Bach-Hausmann-Porträt und eben dem Salvatore von Triegel, die sich hier Auge in Auge gegenüberstehen. Und ich muss sagen, mir gefällt das ausgezeichnet, weil es auch so schön für dich damit spielt. Also für viele von uns Bachjanern ist ja Bach eine Art Ersatzreligion auch. Und der alte Spruch von dem schwedischen Superintendenten, Bach als fünfter Evangelist, gilt ja wirklich vielen und manch einem ist eben Bach auch Gott. Also das gibt es ja große Persönlichkeiten, die so etwas gesagt haben. Peter Schreier fällt mir zuletzt ein. Kurzum erst, mein Gott, hat er gesagt. Also mir fällt da Leonard Bernstein noch ein, auch wenn ich mir dieses Bild anschaue mit Bach und mit dem Salvatore auf Augenhöhe. Bernstein soll ja gesagt haben, nicht alle Musiker glauben an Gott, aber an Bach glauben sie alle. Also das passt natürlich auch. Michael Maul, Ulrich Nöten haben Sie erwähnt. Beim Kantatenring waren ja, eigentlich war ja die Crème de la Crème der Bach-Interpretation da. Also Ton Koopmann, Sir John Elliot Gardiner, Hans-Christoph Rademann. Wird das beim Bach-Messias jetzt auch wieder so sein? Welche Interpreten haben Sie eingeladen? Ja, es ist nahezu deckungsgleich. Also mein Vorsatz war auch wieder, die Crème de la Crème zu bekommen. All die, die am Kantatenring mitgewirkt haben, sind wieder dabei mit zwei Konzerten bis auf eine Ausnahme. John L. Gardiner hat mir einfach schon vor anderthalb Jahren sehr deutlich gesagt, dass er sich 2021 fest vorgenommen hat, ein Sabbatical zu machen. Das musste ich akzeptieren. Umso wichtiger war es mir jetzt neben Suzuki, neben Koopmann, neben Rademann einfach auch noch die, also die Generation 1 unter Koopmann, also nicht nur die alten Recken, mit in den Mittelpunkt zu stellen. Da gibt es hochinteressante Ensembles, wie wir alle wissen. Ich hätte auch gern Herrewege dabei gehabt. Das hat leider terminlich nicht geklappt. Aber wer eben jetzt noch zusätzlich hinzukommt, jetzt inzwischen auch schon ein von der Bach-Fest-Gemeinde gern gesehener Gast ist Václav Lux mit seinem Kollegium 1704. Die werden zwei Konzerte machen. Wolfgang Katschner mit der Lauten-Kompanei und dem Erik Eriksson-Kammerchor aus Schweden. Der Rias-Kammerchor mit Justin Doyle wird dabei sein. Also kurzum, wir haben doch, glaube ich, eine große Bandbreite der Champions League an Bach-Interpreten. Viele unterschiedliche Ansätze. Aber ich will es diesmal auch nicht darauf zuspitzen, dass die jetzt beim Musizieren der besten Bach-Kantaten gewissermaßen virtuell gegeneinander antreten, sondern sie alle wirken ja an diesem großen musikalischen Porträt der Wirkensgeschichte Jesu mit. Und ich bin auch ehrlich gesagt der festen Überzeugung, dass Bach selber diese Idee wahrscheinlich sehr gefallen hätte. Wir haben ja diese schöne Bemerkung von ihm, als er im Jahr 1708 die Mühlhäuser Stadtrat versucht zu erklären, in seinem Abschiedsgesucht, warum er nach nicht mal einem Jahr Mühlhausen Richtung Weimar verlässt, sagt er ja ganz klar, der Hauptgrund ist, dass es mir hier nicht gelungen ist, als Teil meiner Kerndienstaufgabe eine wohlregulierte Kirchenmusik Gott zu ehren, aufzuführen und zu dirigieren. Und das heißt ja de facto, er sagt, die Orgeleilein ist ihm nicht mehr genug. Er möchte eben Vokalmusik, Kantaten, musizieren, Gott zu ehren. Und tatsächlich hat er ja dann in Weimar beginnt, aber dann vor allem in der Leipziger Zeit, nichts anderes gemacht, als eben sich Sonntag für Sonntag immer wieder Begebenheiten, meistens aus der Wirkensgeschichte von Jesus, vorzunehmen und musikalisch zu porträtieren. Und man kann ohne weiteres behaupten, Bach hat im Grunde genommen sein Leben lang dieses Bild, diese große Komposition Bachs Messias, immer mehr verfeinert, immer mehr Musiksteinchen, Mosaiksteinchen hinzugefügt. Und wir versuchen eben jetzt dieses Gesamtbild sichtbar zu machen. Und ich bin mir sicher, das wird für uns alle auch eine total interessante Erfahrung, weil die Kantaten dann nochmal in einem anderen Kontext erscheinen. Und man auch feststellen wird, dass sie eben tatsächlich vielleicht nicht so berühmt sind und so häufig aufgeführt werden, wie die Passion oder die Oratorien, aber doch aus dem gleichen Holz, musikalischen Holz geschnitzt sind. Bachs Messias, Michael Maul, das wird also das Herzstück des Bachfestes 2021 sein. Aber es gibt ja noch einiges mehr. Das Motto lautet Erlösung, wie wir schon sagten. Nun können ja dramaturgische Ideen Segen und Fluch zugleich sein. Stichwort Zwangsjacke, also das Bachfest mit fast 100 Veranstaltungen insgesamt. Lassen die sich nun alle unter dem Stichwort Erlösung subsumieren? Naja, also wenn man genau hinschaut, findet man die eine oder andere Veranstaltung, wo es nicht ganz leicht ist, die Brücke zur Erlösung zu bauen. Ich habe das Motto Erlösung letztes Jahr im Herbst festgesetzt, nach langem Überlegen. Dachte natürlich, dass es ein schöner Überbegriff zum Messias ist. Unter all den Erlösern der Weltgeschichte ist natürlich Jesus von Nazareth ganz zentrale Persönlichkeit. Dass das Motto Erlösung jetzt sogar noch eine andere Bedeutung vor dem Hintergrund des abgesagten Bachfests 2020 bekommt, habe ich nicht ahnen können. Vielleicht ist ein Impfstoff gefunden bis dahin. Ja, ich denke vor allem, es wird sich für unsere vielen Bachfreunde aus aller Welt in 2021 einfach wie eine Erlösung anfühlen, dass endlich wieder ein Leipzig-Bachfest stattfindet. Aber wenn man in das Programm schaut, wird man feststellen, erstes Wochenende steht unter diesem Schirm des Messias-Zyklus. Rings um das zweite Wochenende beschäftigt uns sehr ein anderer Zyklus von Johann Sebastian Bach, der ein Jubiläum hat in 2021. Wir feiern 300 Jahre brandenburgische Konzerte. Die Widmungspartitur, die berühmte, ist aus dem Jahr 1721. Und wir werden in insgesamt fünf Konzerten die brandenburgischen Konzerte aufführen, aber immer in den Kontext gestellt mit Stücken, die im Grunde das Phänomen der brandenburgischen Konzerte kontextualisieren. Natürlich kommen Vivaldi's Concerti con Multistrument, die Telemanns-Gruppenkonzerte und so weiter mit tollen Ensembles, Europa Galante, Fabio Bionti kommt, es kommt Reinhard Göbel mit den Berliner Barock-Solisten, es kommt die Kamerade Köln und so weiter. Und sagen wir mal so, ich habe im letzten Sommer lange Zeit überlegt, wenn wir als die beiden zentralen Zyklen einerseits Bachs Messias haben, andererseits die brandenburgischen Konzerte, was kann es da für einen Überbegriff geben? Und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen gescheitert. Und mit der Erlösung konnte ich mich dann deswegen anfreunden. Natürlich wissen wir jetzt als Musikologen wiederum, die brandenburgischen Konzerte sind für manches beteiligte Instrument auch eine Art Erlösung gewesen. Denken wir mal an das fünfte brandenburgische Konzert, wo in dem ersten Satz im Grunde das Klavierkonzert erfunden wird, und zwar im Verlauf des Stückes. Das beginnt ja erst mal als ein Gruppenkonzert mit drei Solo-Instrumenten, also klassische Solo-Instrumente, Violine, Flöte, und das Cembalo macht erst mal mit, aber im Laufe des Satzes spielt es die anderen beiden Instrumente an die Wand. Es erlöst sich von der Rolle des ewigen Begleiters. Also insofern, das ist jetzt natürlich etwas konstruiert, aber kann man das durchaus sagen, dass wir jetzt mal Bach auch in diesem Festivaljahrgang auch in seinen Werken als denjenigen auch darstellen, der bestimmte Instrumentengruppen mit einem Repertoire gesegnet hat, das sie ganz neu in den Vordergrund stellte, also von althergebrachten Rollenbildern erlöst hat. Natürlich wird es viele, viele andere Konzerte geben, die auch noch an diesen Erlösergedanken jetzt wirklich anknüpfen. Als Vorfilm zum Beispiel zu unserem Bach-Messias am Samstagmorgen beginnt, kann man sich in Halle, in der Kirche, in der Händel als Organist gearbeitet hat, den händischen Messias anschauen. Am Abend vorher, und wenn der Messias-Zyklus in Leipzig am Dienstag zu Ende gegangen sein wird, wird man am Mittwoch hier in der Nikolaikirche auch noch mal Händels Messias, allerdings in der Hiller-Fassung, also das Thomas Kantos Hiller, hören können. Das heißt, der Bach-Messias ist umgeben von zweimal Händel Messias in zwei unterschiedlichen Varianten. Telemanns Messias wird ebenfalls erklingen. Es wird zum Beispiel auch ein sehr schönes Konzert stattfinden, in dem die Thomaner das Mozart-Requiem aufführen. Das ist auch Musik, die uns Menschen ganz gewiss erlöst hat. Also der Erlöserbegriff ist dehnbar und mit großem Herzen kann, glaube ich, jeder, der durch das Programm blättert, feststellen, dass man doch in jedem Konzert dann irgendwie eine Brücke zum Erlösungsthema findet. Haben Sie ein Konzert, wo Sie sich besonders vielleicht darauf freuen, jetzt mal abseits des großen Messias-Zyklus und der brandenburgischen Konzerte vielleicht? Es ist schwierig, aber tatsächlich meine ganz persönliche Geschichte, wie ich zur Barockmusik gekommen bin, ist die. Bach fand ich immer schon interessant, aber ich war, glaube ich, 13 oder 14 Jahre alt und bekam geschenkt als eine meiner allerersten CDs die vier Jahreszeiten in der Einspielung von Fabio Biondi, Europa Galante, sein Ensemble. Und es hat mich unglaublich fasziniert, die Art und Weise, wie er spielt, wie er verziert. Ich habe dann mit meinen wirklich amateurhaften Geigenkenntnissen dann versucht, das so ein bisschen zu imitieren. Das war in den frühen 90er Jahren, als hier in Leipzig, also jedenfalls in Musikschulkreisen, das Thema historische Aufführungspraxis noch eher weit weg war und habe da wirklich meine Lehrer teilweise zur Weißglut gebracht. Aber diesen Biondi habe ich total verehrt, bin ihm zeitweise als Teenager hinterher gereist, habe alle seine CDs und ich habe mir herausgenommen, auch wirklich, obwohl ich versuche immer meine eigenen Favoriten natürlich auch einzuladen, aber jetzt nicht bevorzugt zu behandeln, ihn jetzt in diesem Bachfest gleich zweimal unterzubringen. Ein Konzert wird eben sein, dass er brandenburgische Konzerte in den Kontext mit Vivaldi-Konzerten con Multistrumenti, also diesen großen Gruppenkonzerten stellt. Das andere wird eben ein Programm sein, mit dem für mich Urknall zur alten Musik Biondis vier Jahreszeiten und Händel, und Vivaldi-Arien und das wird natürlich für mich, glaube ich, nochmal ein Konzert werden, wo ich so an meine ganz eigenen Wurzeln Beschäftigung mit Barockmusik zurückblicken werde. Man darf sich also wirklich, Michael Maul, freuen auf die Saison 2021. Ich gebe allerdings zu, für mich persönlich ist es noch etwas schaumgebremst. Also im Moment ist ja die Corona-Situation hier in Deutschland entspannt. Das kann sich aber natürlich auch wieder ändern. Wir wissen alle nicht, wie es in der Zukunft aussieht, ob noch weitere Wellen kommen. Rechnen Sie wirklich fest damit, die Saison 2021 auch durchführen zu können? Wir müssen damit rechnen. Also wenn wir jetzt fest davon ausgehen würden, dass es im Bachfest 2021 nur möglich sein wird, jedes vierte oder fünfte Ticket zu verkaufen wegen noch geltenden harten Abstandsregeln, dann ist das Bachfest nicht durchführbar. Es gehört aber auch zum Bachfest, dass wir einfach typischerweise ein Jahr vorher mit solchen großen Zyklen in den Vorverkauf gehen. Also jetzt kann man ja wirklich schon das Ticket für den kompletten Messias-Zyklus erwerben. Ab November beginnt dann der Vorverkauf, wie immer für die einzelnen Konzerte. Wir werden das sehr genau beobachten. Es gibt jetzt eigentlich keinen Grund zu zögern, die Tickets zu kaufen, denn selbst wenn wir feststellen werden, wir können das Bachfest nicht so durchführen, wie erhofft, dann werden wir im Frühjahr wieder reagieren und dann werden wir im schlimmsten Fall erneut absagen müssen. Und die Erfahrung, die die diesjährigen Bachfestbesucher ja gesammelt haben, ist, jeder, der das möchte, bekommt sein Geld zurück. Dann müssten wir, was ich mir wirklich nicht wünsche, vermutlich das Motto Erlösung auf 2023 verschieben. Also dann geht praktisch diese Tippel-Tappel-Tor wieder los. Ich hoffe das nicht. Und ich glaube, wir sind jetzt einfach erst mal gut daran, damit beraten, davon auszugehen, dass nächstes Jahr im Juni wieder das Bachfest ganz normal stattfinden kann. Und wenn nicht, werden wir nachjustieren. Also im Zweifel hilft Beten entweder zu Gott oder zu Bach, je nachdem, wie man disponiert ist. Herzlichen Dank, Michael Maul, für diese Informationen zur Bach-Festsaison 2021. Und wir freuen uns jetzt beide natürlich auf die in puncto teilnehmenden Personen. Reduzierte Herr-Moll-Messe, Unterleitung von Gregor Mayer aus der Leipziger Nikolai-Kirche. Und ja, ich bin schon ganz gespannt, was da auf mich zukommt. Ich auch. Und ich hoffe natürlich, dass die Bach-Community draußen in der Welt uns nicht im Stich lässt und ganz, ganz viele mitsingen und dann im Nachgang uns die Videos zukommen lassen, damit eben diese Fortspinnung, die jetzt mit der Geschichte, die jetzt mit dieser Aufführung beginnt, bis hin zum Zezilientag funktioniert und wir dann sozusagen irgendwann noch diese We-Are-Family-Fassung der kleinsten Herr-Moll-Messe ever sehen werden, die dann vielleicht in der größten mündet. Vielen Dank.